Hey Leute, willkommen zurück zu Alan Wake. Okay, wir sind hier im Wald, auf dem Weg nach Cauldron Lake. Und wir hatten die ganze Zeit von Jaggers komischer Gefolgschaft angegriffen. Natürlich. Und hier liegt ne Schiffsschraube, warum auch immer. Ja. Oh ne, da geht's schon wieder los. Nein, da fällt wieder der Kram von oben runter. Wieder so ein Sprinter. Ja, du sagst das, Al. Ich sag das jetzt nicht, was du gesagt hast. Oh, ich bin ein ausgewichen Mensch. Sprinter. Schwein. Schwein. Komm her. Ja, nicht weg. Hier, wo ist er? Wo ist er? Oh, da ist er doch. Da ist er. Da ist ein anderer. Nicht rennen. Du willst mich wieder ansprinten, ne? Bäm's. Und bäm's. Und bäm. Wo ist die Sprinter-Sau? Da ist er. Komm her. Alter. Ey, der nervt aber auch. Komm her jetzt. Ist ja gut. Boah, nein. Da kämpfen die Bäume wieder um. Du Sprinter. Ah, und ah, 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 Junge. So habt ihr's gerne. Hier ins Gesicht mit der Pumpgun. Wer hat das nicht gerne? Naja, tut bestimmt weh. Oh je, 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 oh je. Ah, so ein Standard-Futzi, aber die tun auch weh. Oh, komm her. Alter, du Nerv. Double Kill. So geht das. Magnometer. Die sind aber auch hartnäckig gerade. Nein, was macht sie denn? Das war ein Boot, oder? Also, Jagger, du übertreibst es gerade. Also, Dunkelheit, aka Jagger. Barbara. Ja, du kommst hier ähnlich rein. Haha. Oder doch, tu da. Alter. Oh Gott, nee. Ihr nervt. Dann stehen kann ich hier damit irgendwie kurz aufhalten. Na, jetzt bleib halt stehen, Mensch. Ihr seid so nervtötend. Ihr mit euren Rumgelrenne da. Ich geh jetzt hier rein. Ich lass euch zu mir kommen, wisst ihr das? Und stirb. Weg mit dir. Ich lass den jetzt wieder kommen. Ja, ja. Ich bin nicht doof. Komm. Na, komm. Komm, Kleiner. Du willst es doch auch. Du willst da auch sterben. Ja, komm. Du sollst sterben. Ich sag's mal so. Du willst von deiner niederen Existenz gelöst werden. Und zwar dieser. So. Alter Verwalter. Ich hab keine Lust mehr auf die Typen. Die nerven total. Die Rumsprinter da. Na, komm. Wir gehen mal weiter durch den dunklen Wald. Okay. Ich nehm jetzt mal die Leuchtpistole, ne? Ich nehm jetzt mal die Leuchtpistole. Ist mir egal. Oh, oh. Die will... Ah! Nein! Was? Was schimmert durch das Fenster? Okay. Jetzt schießt man's. Oh, oh. Ja. Ich hab's geschafft. Diese blöd Männer da. Du könntest mal ruhig ein bisschen schneller ziehen. Das würde... Das würde dieses kleine Minigame oder Quicktime-Event ein bisschen leichter oder schneller gestalten. So. Okay. Da brennt doch was. Was brennt denn da? Der Baum brennt. Oh, man. Hoffentlich kommt's ja nicht zum Waldbrand. Das wäre sehr ärgerlich. Oh, Mann, ey. So. Fix und alle. Wah! Oh, crap. Wah! Was schmeißt du denn da? Ein Container. Das ist schön. Ja, schön, Jagger. Schön machst du das. Ich hoffe, der lebt jetzt nicht. Ne. Oh. Irgendwo muss doch noch eine Manuskriptseite sein. Oh, Leute. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Das ist mir gerade richtig viel zu viel hier alles. Das ist mir viel zu viel. Ah, ja. Was war das? Oh, da fliegt ein Schreif. Oh, Gott. Ja. Ich will hier weg. Ah, du Kuh. Ich hasse dich. Okay. 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 Nein. Nein. Ah. Ah, shit. Da hoch, ja. Boah, sag mal. Guckt euch das mal an. Das Teil schmeißt ihr durch die Gegend. Also, dass ich davon nicht getroffen werde, ist eigentlich schon mehr Zufall. Na ja. Aber jetzt ist es hoffentlich vorbei. Komm schon da hoch. Oh Mann, was... Ah, aua. Da ist wieder diese Schmiere. Ich hasse diese Schmiere. Ich muss die alle kaputt machen. Wenn Hausputz nur so einfach wäre. Einfach mit einer Taschenlampe anstrahlen, bis es weg explodiert. Ja. Das wäre toll. Wenn Dreck lichtempfindlich wäre. So. Jetzt aber. Hier rauf. Oh Gott. Leute, ich bin nicht mehr... Ich habe keinen Bock mehr auf Zeug, das mir auf den Kopf fällt. Also beinahe. Oh, hier atmet wieder was. Ah, hört ihr es? Ein Schikrit. Darkness wears her face. Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Hallo? Verarschst du mich gerade, Jagger? Ach so. Ach, da ist sie ja. Äh, Jagger, sage ich. Cynthia Weaver. Die macht ja diese ganzen Kisten hier hin. Wo muss ich denn da hin? Ach so, da hoch. Komm schon. Hell, wir haben was vor. Oh ja, da draußen ist wieder überall Funkenschlag. The Darkness controls the Taken. Kennen wir auch schon den Spruch. Okay. Wie lange geht das wieder? Ich will an den Cauldron Lake. Wahrscheinlich durch diese Spalte da vorne. Dann bin ich da, aber... Oh, oh. Das sieht mir schon wieder so... Ne? Ne, das sieht nicht gut aus. Ich gehe erstmal darüber an das grüne Licht. Hup, voilà. Oh ja, bitte. Ja, bitte. Und machen wir erstmal ein bisschen Licht. Da kommt keine Sau. Schweine backen. Ach so, das ist kein Licht. Das ist der Aufzug. Aufzug? Ja, das braucht ein Aufzug. Das teilt. Oh, Kettze, ich mach mal. Alter. So, kommt gleich nachladen. Aber gleich nachladen. Lade nach. Mein Gott. Ach, jetzt hat er schon. Okay. Alles gleich spammt, dann hilft das was? Lade nach. Okay. Lebt er noch? Ja, scheinbar. Wow, 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 wow. Alter. So, kommt mal her, ihr Schweine. Schweine. So, nachladen, nachladen. Ich spamm die Taster. Ja. Die andere gleich miterwischt, die Deppen. So, nochmal. Ja. Da war's das. Mit dem Kettensägen, blöd, Mann. Ja. Da kommt Frissgranate. Na, ist er weg. Ich hasse diese Sprinter, ne? Jetzt ist er wieder weggerannt. Da ist er. Da ist er. Der Hühner ist Schrecker. Komm her. Schieß ihn ab. So. Ist da noch einer. Die auch noch nachladen. Boah, ich hasse diese Typen. Meine Herren und Damen. Okay. Ah, der Nebel kommt schon wieder. Nein. Gleich geht's wieder los. Oh, Mann. Warum muss ich den Mist aber auch so spät spielen? So, ich soll euch dem Nisje ja immer um die Zeit spiele. Ah. Nu, 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 nu. Komm weg. Ah. Wisst ihr was? Ihr könnt mich. Ah, ha, ha. Tschüss. Okay. Jetzt ist echt langsam mal genug. Ich brauch wieder eine Ruhepause, so wie im Kapitel 2. Einfach mal ein bisschen Polizeirevier rumstromern. Boah. Vielleicht soll ich aber einfach mal zum Aufzug gehen. Das wird alles ein bisschen einfacher machen, glaube ich. Oh, ich will mich hier noch umgucken. Boah. Arsch. Okay. Hier rein. Ist da was? Chanel, Chanel. Chantal. Ne, da ist nix. Okay. Ja, komm schon, Al. Sei mal nicht so ein lahmer Kerl, du. Wahrscheinlich. Oh, ne. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so ein Event. Das dauert eine halbe Stunde, bis der Aufzug unten ist. Und solange muss ich das Ding verteidigen. Wetten wir. Aber ich bin ganz froh, dass die Typen keine Schusswaffen haben. Stell euch das mal vor. Da wird es wirklich zum Shooter verkommen, das Ding hier. Arsch. Ja, es ist sehr verdächtig langsam, das Ding. Jetzt komm schon. Komm schon. Komm schon. Gleich kommt doch wieder einer. Los. Alles klar. Kontrollfonds. Uhuhu. Ich hab's geschafft. Zumindest jetzt. Warum dreht sich das Teil eigentlich, während es hochgezogen wird? Ein bisschen komisch. Wer baut denn sowas? Oh oh. Manuskriptseite, die letzte. Ja bitte. Ja bitte. Dann hab ich alle diesen Kapitel. Also alle, die man normal kriegen kann. Gut, wir hören uns an. Der Weg durch den dunklen Ort. After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I had written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I had written myself across the ocean that blocked my way. And with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real. And it was. Okay. Interessant. Oh Leute, dieser, dieser Tee schmeckt so geil. Die Zimbatterien sind voll. Orangenblüten-Ingwer-Tee. Ich kann es jedem nur empfehlen von Mesmer. Ah. Nein. Hör dich nicht. Oh, was machst du da? Autsch. Aua. Alter. Penner. Okay. Ich mach das jetzt so mit den Leuchtpistolen. Das geht schnell. Und. Komm schon. Jawohl. Das geht wirklich schnell. Haha. Dafür sind die Teile gut. Ja, nicht wirklich, aber es hat zumindest das Event ein bisschen beschleunigt, denke ich. Oh. Nein, werde ich nicht. Oh, jetzt schmeißt du Steine. Oh. Ach, die kann ich auch noch zerstören, die Teile. Muss ich das überhaupt? Eigentlich ja nicht, oder? Vielleicht. Na gut, vielleicht wäre das jetzt runtergefallen, wenn ich drunter durchlaufe. Du Kuh. Hör auf mit dem Kram. Ich komm eh zu dir durch. Bin gleich da. Oh, hässliche. Oh, Mann. Oh, Mann. Achso, doch. Oh, jetzt hör mal auf mir dieses Bild. Vorher die Linse zu geben. Kontrollpunkt. Schon wieder. Oh. Alter. Schmeiß halt mit Autos. Ah, was schreit da hinter mir so hoch? Ah. Den Tornado besiegt. Ja. Besiegt den Tornado. Alter. Ist ja lustig. Ich schieße da jetzt rein, oder was? Ah. Ah. Alter. Ich strahle da rein. Oh, ah. Bringt wahrscheinlich gar nichts, oder? Oh, Mann. Lauf, Al. Lauf jetzt. Oh, ah. Komm schon. Kontrollpunkt. Uh. Oh, ah. Ich lass mich nicht aufhalten von dir. Du Ziege. Oh, ah. Und weg damit. Ich schmeiß mal ne Granate. So. Kommt noch einer. Oh. Und der Bus muss weg. Muss alles weg. So. Das auch noch. Das ist alles weg. Alles weg. Das ist aber auch laut, Leute. Ich hoffe, ihr hört mich. Du auch noch. Ich hab da einen Bus. Ah. Ich muss, glaube ich, wirklich alles kaputt strahlen. Na, komm schon. Ah, verdammt. Ich hab nicht genug Zeit dafür. Weg. Weg, weg. Ah. Jetzt aber. Komm. Ah, das reicht doch nicht. Okay, jetzt aber. Ah. Bring auf. Und nachladen. Und rein damit. Und nachladen. Und rein. Komm schon. Ich versiege dich. Ich versiege dich, du Kuh. Wie viel denn noch? Ah, komm. Das haben wir ja gleich. Das ist denn ja unendlich. Das ist ja geil. Komm. Nicht in ihr Herz kriegen. Wie soll das denn gehen? Okay. Okay. Nicht in ihr Herz. Wie soll ich das denn anstellen? Die Dinger, die drehen sich ja immer mehr. Jawohl. Ich glaube, ich muss die Teile zerstören. Wieder um sie rumkreisen. Wie so. Mit einem kleinen Sonnensystem. Oder wie man sich das vorstellen mag. Jawohl. Komm schon. Jawohl. Hab ich den erwischt? Nicht ganz. Ach so, auch so hell und so laut. Okay. Das war ein Fehler. Ich bin so doof. Hätte ich lieber erstmal geguckt, wo ich hinspringe. Okay. Autsch. Das war jetzt unerwartet hell. Natürlich kann ich das. Blöde Kuh. Du wirst fail. Wie auf Ansage. Brems. So. Jetzt aber. Komm, herr. Du kannst nicht gewinnen. Kann ich wohl. Okay. Ich darf mich nicht treffen lassen von diesen Dingern da. Okay. Ich warte jetzt. Und jetzt aber. Jetzt aber. Oh. Du wirst fail. Und. Es ist alles in deinem Kopf. Und ich werde dich jetzt rausprügeln. Was? Wo bin ich für das eine? Erzähl mir nichts. Jawohl. Tornado-Bezwinger. Juhu. Juhu. Oh Mann. Hell! Shh, baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear in the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Allen, honey. You're still one foot in a dream. You're not making any sense. Come back to bed. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, ich werd hier nochmal einen Cut machen. Auch wenn's wieder mal ein kürzerer Part ist. Jedenfalls eine Minute. Aber das ist ja nicht schlimm. Weil ich hab so das Gefühl, das wird nicht mehr allzu lange gehen, das Spiel. Und ich möchte jetzt irgendwie nicht wieder 20 Minuten lang überziehen oder so. Dann mach ich lieber gleich einen neuen Part. Okay Leute, bis zum nächsten Mal mit Alan Wake. Tschüss. Koalige